Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers von Mars und so einem weiteren Weekend-Video. Wir spielen mal wieder Warzone nach dem großen, fetten Update. Es gibt eine neue Map, es gibt anderes Movement, gab es ja schon vorher. Es gibt vieles Neues und ich hoffe, es ist wieder gut. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, warum wir hier abspringen, um ehrlich zu sein. Ja, dann lassen wir einfach Castle wieder gehen. Okay. Hier hinten dann? Ja, ja. Okay, dann gucken wir mal, wie viel da wieder mitkommen. Hör doch was. Ich habe so lags, das ist ja so toll. Ich bin auch bei meinem Gebäude drin, wunderbar. Ich werde ja einschießen. Kann ich bitte meine... Ich kann... Ich kann meine Panzerplatte nicht nehmen. Ich glaube, die sind hier. Was war das denn? Wieso habe ich denn Platte auf G? Ich habe nie auf G gehabt. Das ist wirklich doch was umgestellt, ne? Aber ich habe gerade auch G gedrückt. Also ich konnte ja lesen. Da ist ja... Wo? 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 Ich hatte ihn eigentlich livemarkt, aber da. Nee, das ist ein Schrot, finde ich. Vielleicht nicht. Oh, fuck. Aua, aua, aua. Nicht auf mich schießen. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Getroffen, alles klar. Oh, bei uns schon. Oh, fuck. Da. Einen habe ich. Ich habe ein Paketverlust. Ich kann die Zahl gar nicht lesen, so lange ist die. Oh, fuck. Oh, nein, ich bin so dumm. Ich dipp hier. Ich bin so dumm. Ach, du bist da, hast du überlebt. Geil, okay. Aber ich hätte beide haben können. Ich bin dumm. Ich war dumm. Ich war dumm. Jetzt gehen wir in den Bahnhof hier rein. Wahrscheinlich geht die Zeit erst... Ach so. Die Zeit geht sogar runter, während ich fliege. Ja. Das war doch bei Dings anders, oder? Ja, ja. Gehen wir hier hin. Oh. Ist da einer, oder warum? Der ist so eine Drohne, so ein Seil. Ach so. Ich glaube nur die Zeit, die du dann auf dem Boden bist, also jetzt fängt erst, glaube ich, meine Zeit an, damit ich wiederkomme, dann quasi. Weißt du, wie ich mein mein? Du brauchst, glaube ich, 15 Sekunden auf dem Boden. Hier waren schon welche. Ja, aber da sind jetzt blaue Kisten, die gehen immer wieder, äh, da kommt immer wieder was hin. Okay, dann waren die vor kurzem hier. Oh, ja, okay, dann. Das kann sein, ja. Aber blaue Kisten gehen nach einer Zeit wieder, wenn die wieder voll. Da fliegt ein Heli. Alter, das ist so angenehm. Paketverlust? Ja, das macht richtig Spaß, da kommt wieder richtig Freude auf. Schießt denn hier auf den Heli? Ah, Ausrüstungslieferung. Position nimmt man nicht automatisch mit. Kommt, glaube ich, darauf an, ob du da die Waffe dafür hast. Geht zu sein. Gehst du zur Kiste? Gehen wir zur Kiste? Können wir. Hast du eine Platte? Nein. Willst du dir eine geben? Ich bin runtergefallen. Rettliche Drohne in der Luft. Kommst du auch runter? Hier ist jemand? Oh, ja. Oh, der ist in der Kiste gerade gewesen. Das ist aber nicht unsere Kiste. Schade, immer noch keine. Ja, die sind halt, eigentlich müsstest du weggehen, weil du bist auf jeden Fall unterlegen. Lass mal versuchen, es zu unserer Kiste abzuhauen. Weil ich glaube, die Zone ist auch schon on the way. Oh, da ist die U-Bahn, äh, S-Bahn, meine ich. Ah, bitte machen Sie bei der Abfahrt die Türen frei. Ja, okay, mach ich. Das ist ja kein Problem. Okay. Das ist ja kein Problem. So, ah, die, die, also Map muss ich wirklich sagen, ist wirklich schön, ist schön, also. Oh, ich habe hier eine gute Waffe, falls du eine bräuchtest. Ich weiß gar nicht, was ich so habe. Oh, komm, Fennec und RPK spiele ich jetzt einfach immer wieder. Ich spiele tatsächlich, ähm, M4 und MP5. Warum spielt keiner die RPK? Ja. So, what's the plan, Simon? Ich würde sagen, hier oben drauf. Da ist so eine mobile Drohne, das heißt ja immer, da war jemand in der Nähe, oder? Was für eine mobile Drohne? Was ist da? Ne, das ist der Seilzug, da kannst du dich hochziehen. Ja, aber das sind doch hier nicht gehoppt, oder nicht? Ist das standardmäßig da? Ne, die sind standard da. Und die bewegen sich auch. Aber hier waren trotzdem welche. Also so ist das jetzt nicht. Ich könnte noch unbedingt Munition gebrauchen. Wir können hier rein. Ja, dann lasst uns rein. Wir können doch hier rein. Da waren, glaube ich, auch noch Kisten. Wow. Voll zurück, Robberbandit. Ja, hier sind noch Kisten und Munition liegt hier auch. Boah, das ist ein richtiges Museum hier. Ey, ich habe einen Shop. Einen mobilen Shop. Nice. Ist gut. Guter. Piepst, wenn ich hier durchgehe? Yo. Oh, geile Effekte, Junge. Oh, mega. Oh, hier sind Kassen noch voll hier. Mein Gott, hier liegt aber auch. Hier liegt noch Munition. Ey, Philipp, hier ist Dingens. Hab ich schon, hab ich schon. Achso, hast du schon. Oder? Ja, doch, hab ich schon. Oh. Ah, ne, das war. Äh. Sollen wir hier mal hoch? Feindliche Drohne. Ja. Wie viel Platten kann man mitnehmen? Äh, unendlich. Du kannst ja so neu sortieren. Das ist wie vorher quasi. Achso, das ist gleich um ihm. Okay. Ja, du hast nur keinen Rucksack mehr. Oh, ich hab auch noch, da war auch ein mobiler Shop noch. Also, weißt du, wie ich, also es gibt kein, kein Ding ins Meer, also kein Rucksack. Nur noch ein Inventar. Genau. Du könntest eigentlich mal den Shop hierhin holen, dann könnten wir uns mal eine Drohne kaufen. Okay. Können wir mal gucken. Oh, ich werde angeguckt. Irgendwer hat mich angeguckt. Ist ja einer auf dem Dach. Äh, die Richtungen wären auch interessant. Hier irgendwo her. Äh, ne. Aua. Ich weiß immer nicht, woher. Einer hat auf mich geschlossen. Hä? Irgendwie hier? Ja. Was hat denn? Wo ist der Shop? Weiß ich auch nicht. Ich hab den hier oben hingeholt. Hinter mir. Ich muss einen Flatten geben. Der ist tot. Wahrscheinlich nicht allein, ne? Weiß ich, wo sein Mate ist. Ob sein, ob sein Mate da ist. Ich bin geflasht worden. Ich glaub, hier drin ist der. Ah, ich seh den, ja. Ich würd gern meine Waffen wieder haben. Danke, Spiel. Der ist hier. Der andere war irgendwie rechts davon. Ja, ich hab einen getroffen, tatsächlich. Der ist immer noch da. Der ist down. Der ist down. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist. Nee. Wie soll ich das denn machen? Hast du jetzt aber, ne? Entschuldigung, dass ich gefragt hab. Ja, ich hab ihn. Aber irgendwo muss denn noch sein Mate sein, weil der ist auf jeden Fall gelandet. Und der Shop liegt übrigens hier. Willst du schnell eine Drohne kaufen? Ja, hab ich überlegt. Drohne. 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 Ich hab eine gekauft. Kann man hier eigentlich so... Noch eine gekauft. Wir müssen hier durch, ne? Ja. Unten hier, unten links. Hast du was gesehen auf der Drohne? Hier so, da. Ich rücke hier vor. Ah, ja. Aber wir können hier oben noch bleiben, glaub ich, ne? Ganz am Rand hier. Ja. Kann das sein? Oh, da snippern welche. Ah, hier oben drauf. Hier oben ist drauf. Ist okay. Ich muss nämlich einmal durchladen. Ah, doch nicht. Ja, ich bin... Höh, wieso hab ich so einen Jump gemacht? Da ist einer. Danke, Paketverlust. Hier kommt einer gedroppt. Das sah sehr witzig aus, auf jeden Fall. Was machen wir denn überhaupt? Ich werd besniped. Da oben ist einer. Wir müssen schon mal rüber. Bringt nix. Ich geb dem... Ach, Luftraum ist voll. Mach nochmal die Drohne an. Ah ja, die sind auch direkt unter mir. Und an mir. Hier ist einer. Hier. Oh ja, oh, alles klar. Der Sniper hat mich einfach auch zu Tode. Ich hab da Rauchharten dran geworfen, dass du weg kannst. Der war richtig scheiße. Ich dachte, du kannst dann fliehen. Ey. Flieh, ihr Narren. Hä? Ich komm nur nicht mit der Tastenbelegung klar hier. Rechts sind auch noch welche von uns. Und halt oben auf dem Dach hier. Aber hier wurde auch gerade geschossen. Gehen wir von innen hoch? Ja, würd ich jetzt sagen. Noch höre ich keine Steps hier. Wahrscheinlich sitzt hier irgendwo einer rum. Links irgendwo? Und jetzt höre ich Steps. Über uns. Auf dem Dach, ja. Wie kommt man denn hier hoch? Hier ist Treppenhaus, würde ich nicht sagen. Nein. Hier ist Ende. Aber wir müssen auch raus, ne? Die Zone kommt. Ja, stimmt. Ah, hier, hier, hier. Oder? Schon wieder Toiletten. Toiletten haben die denn hier. Ja, die müssen oft scheißen. Ich hab nen Mörser. Soll ich den auch? Oh, hier oben. Ah, hier, nee, nee, nee. Ja. Warum nicht? Oh, ich hab auch noch ne Drohne. Merk ich gerade. Oh, yo. Platten. Danke, Kenny. Hast recht. Hab ich denn noch Platten? Ja, aber ich könnte mal die Plattenkiste werfen. Ja. Kein Treffer, kein Treffer. Noch welche rausgeschmissen. Ich mach da auch noch ne Drohne an. Müssen die hier irgendwo hin. Das lila Haus. Einer ist noch über uns. Einer ist im lila Haus. Wow. Wo kann man denn da rein? Der fliegt, der fliegt. Oh, fuck, nur Shieldbreak. Oh, da ist noch einer. Der andere springt auch runter. Oh, ich wurde von links angeguckt. Irgendwo ist einer links. Und einer ist hier, glaube ich, im Haus. Ich hör ihn laufen. Über uns laufen die. Ich hab eine Stun noch. Die schießen, lass uns nutzen. Es ist fast geschafft. Ja. Die sind immer noch ein über uns. Ja, die fighten ordentlich. Nein. Oh, ich hab einen. Was ist noch einer? Links. Jawohl. Wie links? Wo links? Wo bist du? Mich vertan. Wo bist du? Hä? Wieso konnte ich nicht dich tippen? Ich spring noch welche ab. Ich muss mir erst Platten geben, dann nachladen und dann klarkommen. Ja, wir müssen nur leider los. Und zwar über den Dächern hier. Nein, vor uns direkt. Chipreak. Nochmal Hits. Bin full down. Also. Hab aber eine goldene. Einen hab ich. Ja, ich hab auch eine goldene. Da ist aber noch einer. Oh, bist du hier rüber gesprungen? Ja. Oha. Ich auch. Fall nicht am Mörserschlag. Das, äh. Könnte jetzt auf die Fresse geben. Boah, hast du mich erschrocken, Alter, ey. Ey, Junge. Oh, da. Ich seh nichts, wenn ich schieße, ne? Hab ich ihn tot? Oh, hier ist ein Kanal. Hö. Über uns. Und rechts, rechts über uns, rechts über uns. Ich hab ihm gute Hits gegeben. Ich muss einmal Platten nachlegen. Ich hab leider nur noch... Doch, ich hab noch. Okay, alles gut. Scheiße, ich hab aber keine Logasmoske mehr. Ja, der springt ab. Ist down. Aber noch einer müsste irgendwo sein. Äh, immer noch oben auf dem Dach. Ist down. Was war das? War das dein Fallschirm? Ist der letzte, ist der letzte, ist der letzte, ist der letzte. War das dein Fallschirm? Nein, der springt da runter. Wuhu. Geil. Geil. Ja, läuft doch. Erste Runde, erster Sieg. Ah, nee. Scheiße. Na, wir haben gut zusammen gespielt. Ja, das stimmt. Das war gut. Wir sind wieder reingekommen. Mal reingerutscht hier. Wieder reingerutscht, ja. Ich find die Map halt ein bisschen, auch wenn die mehrere Eben hat, find ich die trotzdem übersichtlicher als die anderen. Jo. Was pack ich denn für Geld ein? Wo hab ich das auf einmal her? Das sind die Paketverlust, glaub ich's, ne? Muss man auch einfach sagen. Ja, richtig. Ja, geil. Euer Christian. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.